Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die ich mit richtig guter Laune beginne, denn ich habe mir eben gedacht, oh ja, machst du an deinem freien Tag mal eine neue Aufnahme, entweder Smite oder Fortnite, wo ich einfach mal so komplett nubig, ohne irgendeine Ahnung zu haben, in eine Battle Royale Runde starte. Dann sehe ich das hier. Und ihr seht ja, wie schnell das vorangeht bei meiner tollen Internetverbindung hier. Ist ein Wunder, dass ich überhaupt schaffe, in einem Jahr ein Video zu laden. Jedenfalls ist nix mit Fortnite, ist nix mit Smite, ist nix mit Systemsoftware Version 5.50. Was haben wir stattdessen? Call of Duty Black Ops 3. Geil. Ja, mehr Worte muss man da schätze ich nicht verlieren. Wir spielen eine Runde frei für alle auf Skychecked. Ich hätte euch wirklich liebend gerne was Tolleres präsentiert. Ich meine, hey, Call of Duty, Leute erschießen alles geil und so weiter. Was will ich mehr? Aber ich wollte entweder eine Smite-Aufnahme machen, irgendwie, ja, ich spiele jetzt mal den und den Charakter oder keine Ahnung was. Irgendwas, was Spaß macht. Oder alternativ halt wirklich Fortnite. Ich habe bis jetzt so ziemlich keine Erfahrung in dem Spiel und dachte, ich join einfach mal in eine Runde, mache mich komplett zum Lachs und es wird voll lustig für euch. Für mich nicht, aber für euch. Nichts. Updates, 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 wo ihr hinguckt. Demnach war es also nix. Und wo ich jetzt gerade diesen 60 Minuten Ladebalken vor mir sehe, denke ich mir, ja, gute neue Zeit, gute neue Spiele, alles geht schneller. Was mich aber zu der Frage führt, wollt ihr eigentlich immer noch, dass ich die Ladezeiten drin lasse? Weil ich habe die am Anfang auf Kürbisklaren und so weiter, da habe ich die ja immer rausgeschnitten, wenn es irgendwelche Ladebalken gab. Dann hat dann irgendwann hieß es dann, ja, lasst die doch drin. Wir wollen das sehen. Und seitdem lasse ich die auch drin. Aber ich meine, gut, jetzt gerade hatte ich was zu sagen, aber meistens hocke ich dann da, gucke diesen Lademassen zu und frage mich dann, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich denn da kommentieren? Da wächst ein BIP. Und das nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach nur ein scheiß Ladebalken. Wuhu! War gut. Ähm, na jedenfalls. Ha! Gab es da jetzt nicht so viel zu kommentieren und ich würde einfach gerne mal wissen, soll ich die nach wie vor trotzdem drin lassen? Soll ich die Ladebalken wieder rausschneiden? So wie ich es früher gemacht habe? Wäre mir mal wichtig zu wissen, weil, wie gesagt, es juckt mich jetzt nicht, ob die drin sind oder nicht. Und diese Zeit dann halt, irgendwas mir aus den Fingern zu saugen, ist auch machbar. Aber ich finde es halt einfach irgendwie unnötig, die Zeit. Da seht ihr ja auch nichts Spannendes. Da passiert nichts. So wie hier, wo ich coole Morde verübe. Gute Leichen, gutes Blut. Aber ansonsten... Wie gesagt, wenn ihr sagt, behalt die Ladebalken. Hallo? Dann behalte ich sie. Voll die sicken Skillshots hier, ne? So ganz nebenbei. Dabei bin ich eigentlich voller Scheiß-Sniper. Aber, wenn ihr sagt, Ladebalken wieder raus, auch kein Problem damit. Ihr seid der Boss, also nicht wirklich, aber ich gebe euch das Gefühl. So, machen wir doch mal das hier. Der Name, den ich beim Kanal gegeben habe, der trifft so gut ins Schwarze. Weil es trifft genau auf meinen Spielstil zu. So, hallo? Guten Tag! Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Bum! Einfach mal reinhalten. Irgendwer wird schon umfallen. Blut, 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 Blut. Soll ich nochmal snipen? Hm. Versuchen wir's. Mir so ganz frech vom Dach runter. Guten Tag! Wer tötet wen? Niemand. Doch, die. Oh! Mit? Da. Komm, einer geht noch. Hallo? Ah, von hinten. Oh, oh. Was für ein Scheiß. Ähm, gehen wir da hoch, gehen wir runter. Komm, gehen wir runter. Gehen wir mal in den Schiffsrumpf. Ah, ja. Eine weitere Leiche auf unserem Gewege quasi. Ja, ja, ist ja gut. Hallo. Wow. Schöner hättest du's nicht planen können. Das sieht ja fast aus, als könnte ich was, aber eigentlich kann ich's nicht. Das eben war schon repräsentativer für meine Skills. Peng. Oh nein, bitte nicht. Wo kommt ihr denn alle her? Tschüss. Hm. Nein. Oh, jetzt wollte ich hier grad voll einabseilen. Ja. Kommt, jetzt ohne Scheiß. So schlecht ist es nicht. Es ist schlecht. Aber nicht so schlecht. Wir gucken zu, wir gucken zu. Bam, 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 bam. Gute Morde. Schießt der auf mich oder auf den anderen? Wie dem auch sei. Uh, verfehlt. WTF macht die denn da? Oh, man schreibt mir. Oh, der lebt noch. Wow, was macht der denn? Das ist, glaube ich, der Grund, warum man nicht mit Bot spielen sollte. Oh Gott, nein. Peng. Überhaupt nicht drauf eingegangen, dass er da gerade jemanden ermordet hat und so weiter. Das macht er jeden Morgen zum Frühstück. Wer hat mir eigentlich geschrieben? Ich gucke gleich mal nach. Nach der Folge. Nicht wieder in der Aufnahme. Ihr müsst ja nicht alles mitkriegen. Brrrr. Hätte ich mir eigentlich denken können. Zack, zack, zack. Da weiß ich dann nie, wem ich folgen soll. Kommt jetzt mal wieder oder hat der... Oh. Ach, schade. Guten Tag. Hups. Voll predicted, ey. Jetzt kommt da hinten noch einer hoch. Den machen wir auch kalt. Das wäre jetzt auch zu außen gewesen. Genau zwischen denen durch. Ich gehe jetzt in Kammer 8 und schäme mich. Ich kriege sie nicht auf. Müssen wir mal einen Techniker anrufen. Ist auch keiner? Ist komplett tote Hose hier. Aha. Oh Mann, wie billig. Habt ihr gesehen? Ich bin ein Fuchs und mir strahlt scheiße aus den Augen. Und jetzt. Bumm. Voll cool, ey. Ja. Ist für mich zwar immer noch kein allzu toller Ersatz für meine ursprünglich geplanten Aufnahmen. Aber hey. Neues Futter für euch. Ich hab mal wieder was aufnehmen können. Hab mal wieder ein bisschen sabbeln können. Und jetzt. Bin ich fertig. Aufnahme ist fertig. Lukas ist fertig. Ihr seid fertig. Alles fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet Spaß. Mir hat Spaß gemacht. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ja. Applaus, Applaus, Applaus. Wuuu. Tschüss.